Die gesundheitlichen Vorteile und Verwendungsmöglichkeiten von Ingwer Ingwer ist eines der ältesten und bekanntesten Heilkräuter, das seit Jahrtausenden in asiatischen Kulturen zur Behandlung verschiedener Krankheiten und zur Förderung der allgemeinen Gesundheit verwendet wird. Die gesundheitlichen Vorteile von Ingwer Verbesserung der Verdauung, eine der bekanntesten Eigenschaften von Ingwer ist seine Fähigkeit, die Verdauung zu fördern. Er hilft Blähungen, Sodbrennen und Übelkeit zu lindern. Er ist auch wirksam bei der Linderung von Schwangerschaftsübelkeit und Reisekrankheit. Entzündungshemmend, Ingwer wirkt entzündungshemmend und kann dabei helfen, chronische Entzündungen zu reduzieren, wie ZB bei Arthritis. Stärkung des Immunsystems, dank seiner antioxidativen Eigenschaften stärkt Ingwer das Immunsystem und unterstützt den Körper bei der Abwehr von Infektionen. Schmerzlinderung, Ingwer kann als natürliches Schmerzmittel eingesetzt werden, insbesondere bei Menstruationsbeschwerden, Kopfschmerzen oder Muskelkater. Schutz des Herz-Kreislauf-Systems, Ingwer kann den Blutdruck und den Cholesterinspiegel senken und fördert die Durchblutung, was zur Gesundheit des Herzens beiträgt. Blutzäckerregulation, Ingwer kann zur Regulierung des Blutzuckers beitragen und ist besonders vorteilhaft für Diabetiker. Gewichtsabnahme und Stoffwechselanregung, Ingwer wirkt stoffwechselanregend, fördert die Fettverbrennung und kann bei Diäten unterstützen. Verwendungsmöglichkeiten von Ingwer Ingwer ist vielseitig einsetzbar und kann auf verschiedene Weise in den täglichen Speiseplänen und Lebensstil integriert werden. Als Tee frisch geschnittener Ingwer in heißem Wasser aufgebrüht und mit Honig gesüßt, ist ideal bei Erkältungen, Verdauungsproblemen und Erschöpfung. Als Gewürz in Speisen, Ingwer kann frisch gerieben oder getrocknet zu Suppen, Eintöpfen, Kuris, Soßen, aber auch zu gebratenem Gemüse und Fleisch hinzugefügt werden. Fazit Ingwer ist ein unglaublich vielseitiges Heilkraut, das eine natürliche Lösung für zahlreiche gesundheitliche Probleme bietet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017